Musik Bei den Faustball World Games sind die österreichischen Frauen als Gruppensieger ins Halbfinale eingezogen, die Männer hingegen mussten sich Brasilien geschlagen geben. Das Sanger Schmor in Galsbach für Mehrartenvielfalt wurde vom Land mit dem Zertifikat Bienenfreundliche Gemeinde belohnt. Insgesamt verlieh Klimarat Kain-Eder diese Auszeichnung an 20 Gemeinden. Eine neue Radkarte der Vitalweltregion präsentiert zwölf beschilderte Rundtouren von Bad Schallerbach, Galsbach, Geboltskirchen, Grieskirchen, Haag, Rottenbach und Wallern. Der Natternbacher Markus Reifinger holte mit dem österreichischen Team in Finnland die Goldmedaille im 10-Kilometer-Gen. Passend zum 800 Jahre Jubiläumsjahr der Stadtgemeinde Everding hält im Museum in Schloss Stahenberg ein neues Ausstellungsstückeinzug, ein nagelneues Kettenhemd mit Kettenhaube. Im Rahmen der 800-Jahr-Feier in Everding wurde am Stadtplatz eine Zeitkapsel im Boden versenkt. Darin sind Briefe, Kleidung, CDs und eine aktuelle Tageszeitung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017